Johannes, du bist der Organisator sozusagen der Kinderspielstadt. Was ist Sinn und Zweck einer solchen Veranstaltung? Der Sinn dieser Veranstaltung besteht in zweierlei Punkten. Das eine ist, dass die Kinder ihre Persönlichkeit entfalten und der andere Punkt ist, dass sie noch ein wenig Deutsch lernen. Die Kinderspielstadt ist speziell gemacht für Kinder, die Deutsch sprechen, für die Länder, durch die die Donau fließt. Das heißt in erster Linie Rumänien, aber dann auch Ungarn, Serbien, Kroatien und Deutschland. Leider sind sie nicht aus allen Ländern in diesem Jahr gekommen, sondern nur aus Serbien, aus Deutschland und aus Rumänien. Aber die Persönlichkeit entfalten sich hier alle, indem sie ein wenig das Leben einer Kinderstadt genießen, das aber dem Leben einer normalen Stadt sehr ähnelt, weil da fast alles nachgeahmt wird, was in einer Stadt von Erwachsenen auch stattfindet. Was wollt ihr den Kindern vermitteln? Wir wollen, dass die Kinder sich ausprobieren, was für Möglichkeiten man innerhalb einer Stadt hat. Und das heißt, sie lernen da einige Berufe kennen wie Bäcker oder Bankier oder Händler oder Schneiderin oder Polizistin oder auch Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Und ja, vielleicht auch im Transportunternehmen kann man da arbeiten und in anderen Berufen noch. Und da schauen, wie so ein Beruf funktioniert. Dabei verdienen sie auch Spielgeld. Das heißt bei uns Seli und zahlen ihre Steuern beim Rathaus und haben so Einfluss auf das Geschehen. Es gibt auch Hochzeiten. Wie nehmen die Kinder das Ganze an? Wie kommt es an bei ihnen? Ich glaube, dass das Ganze sehr gut ankommt, dass es gefällt ihnen durch Experimente zu lernen. Also man gibt ihnen hier eigentlich relativ wenig vor, außer dem Rahmen, den man ihnen absteckt. Das heißt, dass es einige Berufe gibt und eine bestimmte Struktur gibt, an die man sich gebunden weiß. Aber im Rahmen von dieser Struktur gibt es eine sehr große Freiheit, sich zu betätigen. Und das gefällt den Kindern sehr gut. Wie viele Teilnehmer hat es gegeben? Wir hatten 124 Kinder, die eigentlich die erste Zielgruppe sind. Aber dann gab es noch ungefähr 30 betreuende Jugendliche. Und darüber hinaus gab es noch 16 Erwachsene. Und ich denke, dass die Jugendlichen auch zum Teil Teilnehmer sind. Das heißt, sie machen eine Zwischenfunktion. Einmal lernen sie auch und können sie auch da entwickeln. Aber auf der anderen Seite betreuen sie dann auch in begrenzter Maße Kinder. Wie lange findet die Kinderspielstadt statt? Wie lange dauert die Kinderspielstadt? Sie dauert von Sonntagabend bis zum nächsten Sonntag in der Früh. Also eine Woche. Ihr hattet auch eine rumänischsprachige Kinderspielstadt. Wie war es dort? Wir hatten auch eine rumänischsprachige Kinderspielstadt in diesem Jahr das erste Mal. Denn die Deutsche läuft jetzt schon zum dritten Mal. Und sie ist sehr interessant abgelaufen. Also in gewisser Weise ähnlich, aber dann doch ein bisschen anders. Für mich war sehr interessant zu sehen, wie viel Kultur dann doch die deutsche Sprache vermittelt. Denn die meisten von den Kindern sind sowohl in der einen als auch in der anderen aus rumänischsprachigen Familien. Aber sie verhalten sich anders. Und da könnte ich vielleicht ein paar Sachen punkten, was da anders ist. Zum Beispiel die Kinder in der deutschen Spielstadt sind sparsamer. Das hat ein bisschen Nachteile, weil die Wirtschaft nicht so gut funktioniert. Denn die Wirtschaft überall basiert eigentlich darauf, dass das Geld ausgegeben wird. Nicht, dass man es anlegt. Und da waren in dieser Spielstadt dann noch einige Probleme. Aber die Probleme konnten gelöst werden. Und die Kinder in der rumänischen Kinderspielstadt waren vielleicht etwas weniger ordentlich, aber dafür etwas kreativer. Die haben viel mehr Möglichkeiten ausgelotet. Möglichkeiten, an die man gar nicht gedacht hat. Zum Beispiel hat die Feuerwehr plötzlich Geld verdient, indem sie Luftballons mit Wasser gefüllt verkauft hat. Das war überhaupt nicht vorgesehen. Aber der Feuerwehrmann hat gesagt, ja, warum soll man nicht noch einen Nebenverdienst haben? Und dann haben sie das arrangiert. Das wäre in der deutschen Spielstadt bisher noch undenkbar gewesen. Da ist man etwas ordentlicher. Wer hat dieses Konzept erfunden? Woher kommt dieses? Ich weiß nicht genau, wer das Konzept ursprünglich erfunden hat. Aber es ist grundsätzlich ein Konzept, das in den 70er Jahren in Deutschland entstanden ist. Und es hat sich dann schön langsam entwickelt. Und ich denke, in den letzten zehn Jahren eigentlich wie ein Lauffeuer verbreitet in Deutschland. Das gibt es fast in jeder größeren Stadt. Wie schaut es in Rumänien aus? Gibt es Kinderspielstätten außer Eure? Also, wir wissen nichts. Wir haben in diesem Jahr das erste Mal das hinausgetragen ein bisschen. Erstens durch die rumänische Kinderspielstadt. Und zweitens, indem wir auch einige Gäste aus Klausenburg und Bukarest eingeladen haben, damit sie den Beruf stehlen, wie man das auf Rumänisch sagt. Wir haben das gerne erlaubt. Und wir hoffen, dass sie dadurch auch vielleicht in andere Städte hinausgetragen wird. Aber da bin ich sehr neugierig. Wie siehst du die Zukunft eurer Kinderspielstadt? Ich sehe, ihr habt mindestens drei, vier Orte, an denen die ganzen Ereignisse stattfinden. Es ist alles schon ziemlich groß angelegt. Wollt ihr noch weiter wachsen oder reicht es? Na, weiter wachsen, also in dem Sinn, dass wir jetzt vielleicht das Ganze noch vergrößern, nicht. Aber vielleicht, dass wir mehrere Auflagen machen. Also wir hätten, wenn wir die menschlichen Ressourcen hätten, hätten wir überhaupt kein Problem, im nächsten Jahr zwei Kinderspielstädte auf Deutsch und eine oder vielleicht sogar zwei auch auf Rumänisch zu machen. Der Andrang ist sehr groß. Wir haben so viele Kinder ablehnen müssen. Ungefähr 50 waren es, die wir nicht annehmen konnten. Und das war bereits im April. Im April war bereits alles voll und wir mussten 50 Kinder nach Hause schicken. Also wenn wir die menschlichen Ressourcen gehabt hätten, hätten wir problemlos noch eine zweite Kinderspielstadt anhängen können. Was müssen interessierte Eltern wissen, bevor sie sich anmelden? Was erwartet ihre Kinder hier? Und was erwartet die Eltern? Also die Eltern können wissen, dass die Kinder hier relativ gut aufgehoben sind. Allerdings wird ihnen hier etwas mehr Freiheit gewährt als in der Schule. Also sie können hier durch Experimentieren lernen und oftmals fühlen sich gerade Kinder hier sehr gut, die es in der Schule nicht einfach haben. Also wir haben hier besonders große Freude auch mit Kindern, die sonst wie als hyperaktiv deklariert werden. Die können sich hier richtig entfalten. Man merkt absolut nichts mehr von ihrer Hyperaktivität hier. Weil sie eben die Möglichkeit haben sowohl herumzulaufen, man muss nicht brav sein, sondern man muss einfach kreativ sein und die Fähigkeiten einsetzen und dann ist es gut. Wie ist das mit Heimweh bei den Kindern? Das gibt es auch immer wieder, aber das Heimweh, das kann man ein wenig eliminieren, indem man den Kindern kein Handy gibt. Also ich denke, dass das Handy das größte Problem in Bezug auf Heimweh ist. Die Kinder empfinden vor allem Heimweh, wenn sie mit den Eltern telefonieren. Wenn das nicht der Fall ist, könnte es ja auch sein, dass man an einem Abend vielleicht ein bisschen traurig wird, aber dann gibt es gleich eine Betreuerin oder einen Betreuer, der sich um das Kind kümmert. Wenn man Heimweh hat und mit den Eltern telefoniert, dann kommen oftmals die Gefühle noch richtig hoch und dann ist es noch viel schmerzhafter. Deshalb raten wir auch eigentlich allen Eltern, dass sie die Handys zu Hause halten. Wie viel kostet die Teilnahme? In diesem Jahr hat sie 550 Lee gekostet und hat, sagen wir ungefähr, ich denke knappe zwei Drittel der realen Kosten auch beinhaltet. Der Rest wurde von einigen Stiftungen getragen. Der Initiator von diesem Projekt ist die Donau-Schwebische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg. Und dann machen noch regelmäßig mit das Haus des Deutschen Ostens und das Institut für Auslandsbeziehungen. Und darüber hinaus gibt es noch kleinere Beiträge, zum Beispiel vom Deutschen Wirtschaftsklub in Siebenbürgen oder von einigen Lokalfirmen in Fogaraj. Gibt es rumänische Stellen, die das mitfinanzieren? Ja, einige Firmen mit französischer Partnerschaft in Fogaraj, die haben damit gemacht. Okay, würdest du sonst noch etwas hinzufügen? Nein, also ich freue mich, dass Interesse an diesem Projekt besteht und danke, dass die Möglichkeit bestand, dieses Interview zu geben. Danke ebenfalls. Viel Erfolg! Katja Bisten